Was geht ab, meine Freunde? Wir sind hier wieder bei Wood Effects. Mein Name ist Philipp und wir wollen heute ein Video zusammenschneiden, nur mit dem Free Effects Bundle. Let's go! Also ich habe von jedem meiner Packs einfach drei Stück hinzugefügt. Einmal haben wir Abstract Overlays, so ein abstrakter Grain. Hier so einen Rahmen mit Effekten. Kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut anwenden. Wir haben drei Filmburns. Geil! Wir haben Filmscans. Und da gibt es immer zu den Transitions, habe ich meistens so einen Overload, Overlay angelegt. Paintbrush Overlays. Dann Punchhole. Dann haben wir Frames. Dann haben wir den ganzen Rahmen einfach ein bisschen größer und einmal ein Mobile Format. Beziehungsweise zwei. Viewfinder. Drei Stück. In den Underpacks sind über 100. Also lohnt sich auch. Genau, das ist unsere Basis. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Ey, Neil. Was geht? Hast du gesehen? Die zeigten einfach Fortnite. Welcome back. Wie geht's dir? Get the bundle and become a boss. Andreas, du geiler Hund. Der war auch stark. Vom Schnitt, ja, ich finde so sechs bis sieben von zehn. Aber das kann sich ja noch ein bisschen entwickeln. Ich denke, wir fangen jetzt mal an, einfach mal mit den Overlays zu arbeiten. In dem Zug verändert sich bestimmt noch ein bisschen was im Schnitt. Ich habe diesen Overlay gerade. In Schaugart, an welchen Stellen der einfach cool aussieht. Ja, der kommt einfach gut. So vor allem, guckt euch das an. Das ist einfach nur als Übergang. Boom. Eine Sekunde. Transition. Bam. Transition. So, was geht ab? Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen geschnitten. Jetzt auf jeden Fall sehr viel ausprobiert, sehr viel Overload und bildet mir langsam eine Meinung. Was kommt gerade cool, was kommt nicht cool. Da gehen wir jetzt noch ein paar Mal drüber und dann ist das eigentlich schon mal eine gute Basis. Okay, meine Freunde, wir sind soweit durch. Wir ziehen uns das mal rein. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz rund. Ich sehe auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, aber ich finde es schon mal ziemlich cool. Ich finde das ganz nice zu starten. Das ist ein Overlay. Da habe ich einfach anstatt schwarz-grün gemacht und dann, ich glaube, über Lager einen Effekt draufgeknallt. Multiplizieren. Passt einfach voll ins Farbschema rein mit dem Blau hier. I am Widifex, der Text-Overload mit dem Boss-Mode. Kleiner Witz drin. Gebt dem Ganzen auf jeden Fall schon mal eine gute Packung an Action. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass man mit dem Free-Bundle auf jeden Fall auch schon einiges an geilem Shit machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.